Moin Leute, Butchi hier. Wir spielen heute ein Game und zwar Mr. Mine. Mr. Mine spielen wir. Kann ich ja auch nicht. Was soll man machen? Wollen wir lauter machen hier bei mir. Du hast bis auf 5 Kilometer gegraben. Okay. Mr. Mine kommt Ende 21 für mobile Geräte. Ah ja, okay, okay. Discord, okay, okay. Okay, soll ich da klicken? 2 mal Kohle, 2 mal Kohle, 2 mal Kohle. Nehmen wir alles mit, ne? Okay, Tiefe. 5 Kilometer immer noch, 63%. Lass ich rufdrücken, ja? Okay, hier hat wieder Kohle hiervon. Da und drüben wird gebuddelt. Mal gucken, was? Kann ich hier alles abbauen, oder? Okay, bis 6 Kilometer habe ich gegraben. Mal gucken hier, Anwerbungsstelle, Verkaufsstelle, Craft Center. Craft Center, alles klar, Handwerk. Was können wir machen hier? Dampfmaschine. Kufferbohrer. Okay, das kann ich alles herstellen, oder was? Doppelter Ventilator, Bohrgeschwindigkeit, plus 60%. Basis Watt 5, alles klar. Kapazität, ich klicke das jetzt mal einfach an hier, ne? Kostet 700. Wo ist denn unser Geld? Handwerk, geht nicht. Achso, ist ein X, alles klar. Kostet 200. Kostet 100? 3000? Ich kann mir ja gar nicht schleißen. Weiter geht's. Erster Geld, was macht er hier oben? Quest. Quest 1. Okay. Und wie muss ich Gold finden? Anwerbungsstelle, ne? Was will er denn? Anheuern. Einstellungskosten 50. Dollar? Ich kann unser Gräberteam leiten. Stelle mehr Gräber ein und rüste sie mit glänzenden neuen Werkzeugen auf. Sie werden sie brauchen. Alles klar. Ein. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Da sind die kleinen Männchen. Du hast einen Arbeiter eingestellt. Feuer frei, Alter. Gib jass. Ja, guck mal. Gold haben wir schon gefunden, Leute. Ein bisschen Gold haben wir gefunden. Geil. Kohle? Läuft. Alter, die ackern hier. Guck mal, Junge. Guck mal, ich kann selber noch ein bisschen mit ackern hier, oder? Ja. Kohle, Kohle, Kohle. Kann ich auch noch ein bisschen machen? Ja. Kohle, Kohle, Kohle. Und die anderen machen auch schön Kohle, ne? Und alles andere machen sie auch. Wie weit sind wir hier haben? 8 Kilometer. Immer noch. Alles klar. Verkaufsstelle können wir verkaufen. Wo ist mein Geld? 537. Alles klar. Jetzt können wir craften. Eine Runde. Sieh dir diese Baumaschinen an. Okay. Mach ich. Was wollen wir? Was? Kupferbohrer. Was bringt mehr Geld, ne? Wir wollen irgendwas mit, äh... Bohrgeschwindigkeit 80%. Das ist auf jeden Fall, äh... Das machen wir jetzt, ne? Und kostet 150. Alles klar. Dann drücken wir jetzt hier rauf. Zack. So, den haben wir jetzt, ja? Oder was? Okay. Einfach Platinbohrer. Platinbohrer. Also wir sind jetzt hier Kupferbohrer und den können wir nochmal aufrüsten, ne? Wie viel Geld haben wir? 387. Machen wir nochmal. Haben wir. Kupfer. Ausgerüstet. Alles klar. Was ist das hier? Nochmal Kupfer? Ne, das ist ein Silberbohrer. Okay. Wir sind bei 10 Kilometer, Leute. 10 Kilometer in der Tiefe. Wir werden gleich mal noch was verkaufen. Damit wir... Boing. Genau. Damit wir ordentlich Geld haben. 367. Müssen wir selber noch ein bisschen Kohle machen hier, ne? Oh, 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 oh. Silber entdeckt. Zack, zack, zack. Können wir da... Äh... Ach, wir haben... Ach, ne. Wir haben so irgendwo Silber entdeckt hier. Oh. Tiefer. In der Tiefe. Oh, Leute. Guckt ihr mal unseren Bohrer an. Ah. Guckt ihr mal, wie der Bohrer bohren tut. Ey. Warte, du. Ach so, wir sind noch tiefer gekommen. 11 Kilometer. Alles klar. Oh, guck mal. Das läuft, das läuft, Junge. Kohle ohne Ende. 800. Craft Center. Leute, was können wir noch machen? Oh, die Schwindigkeit hätte ich noch mal ein bisschen erhöhen. Nano-Laderaum. Okay. Die Frage ist ja... Wie viele Kapazitäten können wir denn eigentlich lagern? Zweizylindermotor. Oh. Oh, nochmal. Den nehmen wir, oder? Ah, der kostet 3.500. Oh, nee. Können wir ja nicht mehr nehmen. Okay. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir. Okay. Können wir ja nicht machen. Wir werden noch ein paar Leute einstellen. Und dann können wir auf jeden Fall danach ins Craft Center gehen und... Und irgendwas noch uns ercraften. Zack. 2.000. So. Leute einstellen. Wir brauchen unbedingt Arbeiter. Oh, 10.000 die nächsten. Stufe 3 Arbeiter. Das ist schön. Dann bräuchte ich das hier nämlich nachher nicht mehr selber machen. Das machen alle meine Arbeiter. 15 Kilometer haben wir schon gegraben. Alles klar. Sehr schön. Wie weit sind wir? 17 Kilometer sind wir schon weit unten. Kapazität 39%. Okay. Wir liegen fast bei 90%. Jawohl. So, was auch immer das war, haben wir gemacht. So, als nächstes gibt es einen Silberbohrer. Wieder 2.000 Kohle. Das und das haben wir. Das haben wir auch mehr als genug. Oh, da können wir ruhig nochmal was verkaufen. Genau. Jetzt brauchen wir Kohle. Das können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Alles klar. Gold nicht verkaufen, bitte. Kohle haben wir hier noch. 5.118. Auf geht's, Leute. Immer weiter arbeiten, Leute. Immer weiter arbeiten. Ohne Pause. Ohne Pause. Gucken wir mal, hier noch ein bisschen was finden. Ja, ja, ja. Guckt mal, bin ich gut. Oh, ich habe 20 Quests abgeschlossen. Alles klar. Zack hier. Neue Quest. 100 Gold. Quest 1 ist abgeschlossen. Habe ich jetzt hier gekriegt? Nö. Collect. Ich will mein Geld haben. Quest 1. Abgeschlossen. Quest 2. Achso, 100 Gold brauchen muss ich haben. Und dann kriegt 12.000. Alles klar. Ah, hier. Genau, 20 Kilometer herunter. Zack. So, siehst du. Schön. Aber jetzt läuft das langsam mit dem Gold hier. Das ist ganz gut. Ich muss was verkaufen. Und zwar muss ich leider, äh... Kohle verkaufen. Leider. Leute, ich muss leider Kohle verkaufen. Damit ich dann was craften kann. Schön Gold abgebaut. Aber man, guckt euch den Bohrer an, Leute. Platin-Bohrer, sag ich nur. Platin-Bohrer. So, wie weit sind wir denn jetzt hier schon? 32 Kilometer sind wir schon. Alles klar. Sehr nice. Sehr nice. 100.000 erreicht, Leute. Wir können unseren Ventilator, Level 4, 4-fach Ventilator craften. Und zwar Bohrgeschwindigkeit, 63%, Level 4, 250 Watt. Nehmen wir. Alles klar. Platin haben wir geschafft. Diamanten haben wir. Gold haben wir gleich. Es ist gleich soweit. Der 3-fach Platin-Bohrer. Dann rappelt es nur so in der Kiste. Kriegen wir Platin ohne Ende. Wie die hier arbeiten. Geil. Oh, was haben wir denn da? Oh, Platin. Zack, zack. Sehr schön. Da unten gibt es also Platin. 600.000 haben wir locker zusammen. Okay, Craft Center. Da ist es doch. Ab. 3-fach Bohrer. 3-fach Platin-Bohrer, Leute. Geil. Haben wir. Haben wir. Das sollte erstmal gewesen sein. Und Mr. Mein. Butchi spielt Mr. Mein. Ganz cool das Spiel. Man, die Lungener Abwechslung. Gerne dürft ihr meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer dran denken. Schöne anständig bleiben. Haut rein. Dann. vẫn.